So, die Suche nach dem besten Döner in der Region geht weiter. Heute sind wir im Bodensee Kebaphaus in Konstanz. Das hier ist die Speisekarte. Was uns interessiert ist der Döner. Drehspieß aus Rind, Kalb und Brutenfleisch nach Döner Kebab Art Gewürz mit Soja, Eiweiß und Speisestärke. 7 Euro werden hier aufgerufen. Der Laden sieht von innen recht modern und einladend aus. Das ist der erste Eindruck, wenn man den Laden betritt. Und dann kommen wir zur Auslage. Auch die sieht frisch und appetitlich aus. Auch wenn hier ein bisschen mit Plastikgemüse nachgeholfen wird, ist hier ordentlich was an Auswahl geboten. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Verschiedene Soßen, verschiedene Gemüsesorten. Dann gab es dort zwei Dönerspieße. Komischerweise wurde ich auch hier nicht gefragt, welches Fleisch ich gerne hätte. Das finde ich immer ein bisschen schade. Man kann ja reden miteinander. Vielleicht hätte ich mal nachfragen sollen. Ich habe jedenfalls wie immer einen Standarddöner bestellt mit allem. Und den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Und damit gibt es dann auch das erste Lob von mir. Das sieht gut aus. Das ist sehr gut geschichtet. Wirklich bis unten hin gibt es Kraut, Soße und Fleisch. Es suppt vor allem nichts durch. Ich möchte das betonen. Hier ist bis zum Schluss quasi nichts rausgefallen. Im Gegensatz zu den letzten drei oder vier Dönern, die ich hier getestet habe. Es ist bis zum letzten Bissen alles im Boot geblieben. Und kaum fängt man an zu essen, kommen von überall irgendwelche Wespen. Also von der Machart her, von der Bauart her, vom Brot her, durch das nichts durchsuppt, ist dieser Döner wirklich gut gemacht. Meiner Meinung nach. Alles drin, was man in einem Döner so erwartet. Ich glaube Gurken waren tatsächlich keine drin. Darauf wurde hier verzichtet. Auch Peperoni habe ich keine gehabt. Ansonsten freundliche Leute. Zu dritt im Laden waren die emsig am Arbeiten. Es war auch schon einiges was los. Man kann dort sich auch hinsetzen und essen. Geschmacklich muss ich leider kritisieren, dass alles sehr stark nach dieser einen, ich denke mal Cocktailsoße oder was das war, geschmeckt hat. Also ich habe leider weniger die einzelnen Komponenten herausgeschmeckt mit ein bisschen Soße, sondern das hat alles sozusagen überlagert, gleich geschmeckt nach dieser Cocktailsoße, von der wirklich sehr viel drin war, glaube ich. Ich hatte danach sogar noch relativ lange Sodbrennen. Das vielleicht als kleiner Verbesserungsvorschlag. Macht weniger Soße rein, fragt die Leute was sie wollen, beschreibt das Ganze besser. Also abgesehen von der Bauart vom Döner, was mir wirklich gut gefällt und auch die Schichtung und so weiter, abgesehen davon sind sicher auch frische, gute Zutaten drin, aber es schmeckt halt alles sehr, sehr dominant nach dieser einen Cocktailsoße. Das hat mich stark gestört. Ich vermute, dass das Fleisch, diese Mischung aus verschiedenen Fleischsorten, die ja hier angeblich verbaut ist, ich vermute, dass das auch nicht die beste Qualität ist und dass man deswegen so wahnsinnig viel Soße draufhaut. Das ist hier halt letztendlich auch wieder nur ein Standard Hackfleisch, Spieß, Döner. Aber die verstehen ihr Handwerk. Gut gemachtes Ding beim nächsten Mal mit deutlich weniger Cocktailsoße. Das habe ich so für mich selber beschlossen. Vielleicht teste ich auch mal den anderen Laden. Die haben ja noch einen anderen Laden in Konstanz. Ich glaube in der Markgrafenstraße, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht machen die ja weniger Soße drauf oder haben noch ein anderes Konzept. Mal schauen, ob ich da mal vorbeikomme in den nächsten Tagen. Dieser Döner hier wurde letztendlich aber doch komplett aufgegessen. Es war reichlich. Es reicht, um satt zu werden. Und dann kommen wir jetzt langsam auch zur Bewertung. Ich mache es kurz, was die Bewertung angeht. Also ich würde das auch mit einer 3,2 bewerten. Im Istanbul Pizza Kebab hat mir das Brot nicht besonders geschmeckt. Im Sahara Kebab waren mir die Leute zu unfreundlich. Im Bodensee Kebabhaus war mir eindeutig zu viel Soße drauf. Aber es schenkt sich nicht viel. Ich würde alle drei Kebab-Restaurants mit einer 3,2 bewerten. Was nach wie vor hervorsticht, ist das Dewan. Da will ich bei Gelegenheit übrigens nochmal hin. Und das Shawarma hier, das fliegt komplett raus aus dem Ranking. Weil das hat relativ wenig mit Döner zu tun. Das ist unfair den anderen gegenüber. Und außerdem ist das eh zu gut bewertet. Also das müsste ich eigentlich so im Rückblick mit einer 4 bewerten oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kein Kebab. Deswegen hat das hier im Ranking nichts verloren. Und das Bodensee Kebabhausprodukt wird ebenfalls von mir mit einer 3,2 bewertet. Zum Schluss zeige ich euch noch, wie immer, wo ich genau gegessen habe. Das war hier an diesem Turm. In der Nähe vom Bodensee. Den man hier im Hintergrund gesehen hat. Da kann man es jedenfalls aushalten. Abgesehen von der einen Wespe, die mich ständig belästigt hat. Ich trinke jetzt noch einen Red Bull, um einigermaßen klar zu kommen. Und dann geht es weiter. Für dieses Video war es das. Aber erstmal hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.